Ich weiß, es gibt so einiges, wo du dagegen bist. Einiges ist daneben und geht dir gegen den Strich. Die anderen, die verstehen es nicht, aber du machst dir einen Schädel und du hast die Themen im Blick. Ich zähle auf dich, wenn du Veränderung willst. Und 16 oder älter bist, kannst du es selbst in die Hände nehmen. Mach ein Kreuz auf dem Zettel mit dem Stift. Du gehst wählen und wirst sehen, die Dinge ergeben sich. Sie regeln sich im Wesentlichen. 26.5. ist definitiv Pflicht. Ohne dich geht nichts.